hallo und herzlich willkommen auf unserem kanal g8n heute mal aus dem wald um genau zu sein aus dem wald in der nähe von harnklee wir sind auf dem campingplatz kreuzegg und verbringen hier ein verlängertes wochenende doch darum soll es heute eigentlich nicht gehen heute soll es um bms systeme gehen euren kommentaren entnehme ich dass es da relativ viele fragen beziehungsweise unsicherheiten gibt welches bms man nehmen sollte wie man es einrichten sollte und wie man es benutzen sollte deswegen begleitet uns heute auf diesem verlängerten wochenende und ich möchte euch bms systeme etwas näher bringen ich hatte ja in meinen vergangenen videos einiges dazu schon erklärt aber heute hier nochmal in geballter form ja was sind denn nun bms systeme naja wie der name schon sagt bms systeme sind batterie management systeme und als solches als ein teil der batterie zu sehen der name batterie management system ist aus meiner sicht nicht ganz richtig es sollte eher batterie load abschaltung system heißen viele verwenden ihr bms system um ladegeräte zu regeln oder verbraucher zu schalten das ist aus meiner sicht aber nicht korrekt so ein bms system sollte in erster linie die batterie schützen und sollte demzufolge wenn an der batterie zustände auftreten also sprich unterspannungen überspannungen oder ähnliches dann sollte das bms die batterie abschalten auch bei zu hohen temperaturen oder ähnlichen ist hier eine abschaltung wichtig das bms überwacht also die spannungen aller einzelnen zellen sowohl im unteren als auch im oberen bereich und zusätzlich die spannung aller zellen gemeinsam außerdem ist ein temperatursensor integriert der bei zu niedrigen temperaturen oder bei zu hohen temperaturen ebenfalls abschalten kann das bms kann über verschiedene varianten abschalten diese abschaltung kann nun durch verschiedene arten stattfinden es gibt bms systeme die verwenden dafür relais diese müssen relativ stark ausgelegt sein haben leider auch oft den nachteil dass sie eine recht hohen ruhe stromverbrauch haben des weiteren gibt es systeme die mosfets benutzen mosfets sind sogenannte halbleiterrelais man kann sie auch als transistoren bezeichnen bzw um genau zu sein sind mosfets eine sonderform der transistoren der nachteil hier ist dass keine hundertprozentige trennung der batterie stattfindet das heißt durch diese mosfets läuft immer noch ein geringer strom bzw spannung das ist auch der grund warum wir am bms bevor es vollständig eingeschaltet ist diese geringen spannungen von zum beispiel 3 bis 10 volt messen können jedoch ist es hier nicht möglich hohe leistungen zu ziehen ich finde die kombination ja etwas eigenartig hier durch den wald zu laufen und euch was über bms systeme zu erzählen und jetzt geht es berg hoch und das ist anstrengend ja du musst dich schöne pose stellen genauso machst du das richtig hinter mir ist der mittlere grumbacher teich insgesamt sind das fünf stück und das sind eigentlich kleine stauseen die angelegt wurden als im harz noch bergbau betrieben worden ist die abschaltung der batterie durch das bms system erfolgt auf zwei verschiedene arten die meisten systeme mit mosfets können ladegeräte und verbraucher getrennt abschalten bei relais systemen erfolgt das meist komplett der grund ist relativ einfach da man für die getrennte abschaltung von ladegeräten und verbrauchern natürlich dann zwei relais bräuchte und da bereits wie erwähnt die relais einen relativ hohen eigenstrom verbrauch haben ist es natürlich nachteilig wenn ich dann sogar noch zwei relais verwende es gibt sogar bms systeme die in der lage sind ich sag mal hat die mich jetzt hier mit gras vollgeschmissen es gibt sogar bms systeme die in der lage sind kurzschlüsse zu erkennen und ebenfalls abzuschalten mit vielen bms systemen ist inzwischen ein balancer oder auch equalizer genannt integriert dieser ist dafür zuständig unterschiedliche ladezustände in den zellen auszugleichen da die lithium zellen nie immer identisch sind bei den balancern gibt es auch wieder zwei verschiedene arten einmal aktive balancer und einmal passive balancer die aktiven balancer sind in der lage leistung von einer zelle auf die andere zu transferieren also von der höheren zur niedrigeren hingegen passive balancer schalten einfach nur an den höheren zellen widerstände zu und verbrennen so leistungen damit am ende wieder alle zellen gleich sind einige beschweren sich darüber dass das balancing ja erst ab einer gewissen spannung beziehungsweise im oberen bereich des ladezustands der lithium batterien anfängt oder beziehungsweise durchgeführt wird das ist aber technisch gar nicht anders möglich da erst im oberen ladezustandsbereich der zellen ladezustandsunterschiede erkennbar sind da wenn man sich die ladekurve von lithium batterien oder lithium eisen phosphat batterien anschaut diese im bereich zwischen 20 bis 80 prozent eine nahezu identische spannung haben eine leider sehr unterschätzte eigenschaft von bms system ist der physikalische aufbau dies ist mir besonders wichtig das ist auch der grund warum ich sage benutzt keine bms systeme die mindestens für 200 ampere ausgelegt sind die bms systeme die mit mosfets ausgestattet sind sollten außerdem entsprechende kühlkörper haben es gibt sogar bms systeme im bereich oberhalb von 200 ampere die mit zusätzlichen ventilatoren ausgestattet sind dies ist bei den hohen strömen die dann fließen leider an manchen fällen unvermeidlich im wohnmobil bzw im boot oder ähnlichen würde ich natürlich tendenziell versuchen ein bms system ohne ventilator einzusetzen da wir ja hier auch wenn wir hohe ströme ziehen das eher nur kurzzeitig tun einige bms systeme sind auch wasserdicht bzw wassergeschützt ausgeführt dies ist auch wichtig gerade wenn die bms systeme direkt an der batterie verbaut werden denn durch temperaturunterschiede kann es hier schnell zu kondenswasserbildung kommen viele bms systeme heutzutage sind sogenannte smart bms systeme das heißt ich habe die möglichkeit der anbindung an das smartphone über bluetooth oder ich kann die systeme an mein pc zum beispiel per rs 485 schnittstelle oder kann bus anschließen und kann zusätzliche konfigurationen durchführen der vorteil der anbindung mit dem smartphone ist dass ich den ladezustand schnell im überblick habe leider sind diese anzeigen bei vielen systemen nicht wirklich genau aber in den meisten fällen ausreichend so ein wasser spielplatz wie der hier im hintergrund ist auch für väter sehr interessant und macht viel spaß doch nach was muss ich denn nun mein bms auswählen das erste und wichtigste kriterium ist natürlich die anzahl der in serie geschalteten zellen das wird mit 4s 8s oder 16s ausgedrückt es gibt natürlich auch bms systeme mit 17 20s und noch vielen anderen varianten also das wichtigste kriterium wie viel zellen schalte ich in serie bei unserem wohnmobil mit 12 volt sind das in den meisten fällen 4s systeme mit lkw chassis also 24 volt system sind es dann 8s systeme und wenn ich solarspeicher für zu hause baue dann in den meisten fällen 16s systeme im übrigen sind das hier die grumbacher sehen und das ist hier gerade der mittlere grumbacher see und davon gibt es insgesamt glaube ich fünf stück die hier ins tal nach unten gehen und an einem dieser sehen ein stück weiter oben da ist auch der campingplatz ok sehbar falsch teich heißt das die angabe der ampere bei den bms systemen richtet sich im übrigen nicht nach der zell kapazität sondern nach dem strom den ich aus der batterie ziehen will das heißt bei einem 200 ampere system sind potenziell 200 ampere möglich klingt erstmal naheliegend was viele nicht beachten ist das bms muss in der lage sein den strom abzuschalten die meisten rechnen nun 13,2 volt ein 2000 wechsel wechselrichter und ich habe etwa 160 165 ampere super kann ich noch den kühlschrank mit betreiben oder ähnliches das ist im prinzip fast richtig was viele unterschätzen ist wann das bms system abschaltet so ein bms system schaltet ab wenn die batterie droht in unterspannung zu gehen bei unserem 12 volt system sind das aber nur 10 volt das heißt bei 2000 watt wechselrichter und 10 volt habe ich genau diese 200 ampere möchte ich ein 3000 watt wechselrichter betreiben so sind es schon 300 ampere und wie ihr im last test video gesehen habt das verlinke ich euch da oben zieht der wechselrichter zwar im normalzustand wenn der batterieladezustand noch ausreichend ist nur 160 bis 170 ampere aber achtung bei notab schaltung sind es dann schnell 200 ampere bitte bedenkt auch dass die abschaltung für die ladegeräte bei den bms systemen oft nur die hälfte dessen ist was für die verbraucher gedacht ist das heißt bei einem 200 ampere system für verbraucher haben wir dann eine abschalt kapazität für die ladegeräte von 100 ampere alle anderen kriterien sind abhängig von der einbausituation was ich für ein komfort möchte oder was ich mit dem bms erreichen will leider tut der harz uns dieses jahr nicht mit wetter verwöhnen gestern hatten wir sogar ein bisschen regen aber es war trotzdem relativ warm und wir waren eine schöne große runde wandern da hinter mir seht ihr übrigens das ist der campingplatz kreuzeck hier im harz wo wir sind und der ist so schön da sind wir wirklich jedes jahr mindestens einmal und zumindest für ein verlängertes wochenende und es ist wirklich toll hier am see kann man auch schön baden gehen und jetzt drehe ich mich mal ich hoffe euch wird es nicht schwindelig ich stehe nämlich hier genau auf der staubmauer und jetzt seht ihr hinter mir den nächsten see und so sind diese sehen als kaskade alle hintereinander und das ist wirklich ein besuch wert sagt ein schönen gruß an der rezeption von uns und ich kann es nur jedem empfehlen tolle gegend hier lässt sich schön wandern da oben gibt es einen boxberg und da ist zum beispiel auch eine sommerrodelbahn das sind downhill strecken für radfahrer da kann man auch eine menge mit kindern machen man kann schön in den ort drunter nach hanen klee laufen und das gibt es zum beispiel auch eine wunderschöne alte stab kirche also wirklich nett hier die gegend ganz prima absolut zum empfehlen was ich euch ja noch erzählen muss ist warum ich jetzt das da die bms ausgewählt viele punkte habe ich natürlich im vorfeld erklärt und ergeben sich so von selbst aber hier nochmal die zusammenfassung also punkt eins finde ich die den physikalischen aufbau des da die bms vor allem der größeren varianten ab 200 ampere sehr gut gelungen und ordentlich ausgeführt punkt 2 ist das bms hat zumindest in meinen tests und alles was ich gesehen habe ganz fantastisch und wunderbar geschaltet da gab es nichts zu meckern oder sonst irgendwas bedingung ist natürlich dass das bms richtig eingestellt ist im internet kursieren ein paar videos oder berichte das nicht ordentlich funktionieren würde das konnte ich so absolut nicht nachvollziehen und da wurden offensichtlich wichtige grundeinstellungen die ich euch auch in dem video hier gezeigt habe nicht vorgenommen punkt 3 ist das bms ist kurzschlussfest also das bms erkennt kurzschlusssysteme und kann sie abschalten punkt 4 ist dass das bms zumindest also es wird mit wasserdicht beworben ich habe selbst wie gesagt noch das noch nicht getestet aber es ist zumindestens gegen kondenswasser relativ resistent und damit für mich ganz super eines der lowlights bei dem da die bms ist natürlich die app vor allen dingen hier die übersetzung der app das könnte deutlich besser sein die englische version geht ok was ich wirklich schade finde ist dass man kein passwort selbst vergeben kann beziehungsweise das voreingestellte passwort nicht ändern kann dafür ist sozusagen diese smart app und diese bluetooth connectivity in meinen augen für einstellungen für konfiguration für sich mal einen überblick schaffen wie sind die zellen ok ich würde es aber nicht dauerhaft betreiben und deswegen habe ich an meinem system zusätzlich den smart shunt verbaut da ich den smart shunt diverse andere systeme mit eingebunden hat ist das für mich auch kein problem weil den hätte ich selbst bei gut funktionierender app würde ich den benutzen wenn wir dann heute abend wieder zu hause sind werde ich mir noch mal die mühe machen und für euch das bms auseinander bauen das werde ich dann sicherlich hier das video einbauen ja eigentlich wollte ich euch das bms zeigen wie es intern aufgebaut ist mir ist es nicht gelungen das auseinander zu bauen denn zwischen diesen beiden kühl rippen ist das bms hier vergossen und das ist so eine art gummi masse und deswegen können wir davon ausgehen dass das bms wasserdicht ist die kontakte selber natürlich nicht ein kleiner hinweis noch das ist mir jetzt einmal passiert und zwar der ntc sensor ich vermute ich habe nicht richtig rein gesteckt der steckt eigentlich auch fest aber der ist mir rausgerutscht weshalb das bms minus 40 grad celsius erkannt hat und deswegen sofort abgeschaltet hat vermute dass auch dieser temperatursensor der grund ist warum viele ihr bms nicht eingeschaltet kriegen die vergessen nämlich diesen sensor zu montieren ohne dem keine chance schaltet das bms nicht ein ich habe auch mal das batterie kabel demontiert und dann sieht man selbst hier an der kontaktfläche ist ein antioxidant drin was dafür sorgt dass die kontakte sauber bleiben und nicht oxidieren auch das hervorragend dann wollte ich euch noch mal so ein relais zeigen das hier ist so ein 400 ampere relais und wenn ihr die größe seht könnt ihr euch vorstellen dass das ding natürlich einiges an strom verbraucht deswegen ist das aus meiner sicht nur noch notwendig für spezialanwendungen wo es entzwingend notwendig ist dass ich eine hundertprozentige trennung der batterie vom restsystem habe bei abschaltung das ding wiegt einiges ist nicht so ganz leicht ganz schöner hoschi und damit zurück in den harz ich hoffe euch hat der ausflug mit uns in den harz gefallen ihr habt was über bms systeme gelernt ich freue mich sehr über eure kommentare sagt doch mal wie dieses format ankommt ob ihr das toll findet ob ihr das blöd findet würde mich sehr interessieren außerdem ist noch unsere umfrage geöffnet was ihr im nächsten video sehen wollt momentan ist ganz weit vorn der bau eines solarspeichers und einbindung in das heimnetz und wie ich sowas realisieren kann und zum beispiel meine akkus im wohnmobil dafür benutzen kann und auch das möglichst einfach und vor allen dingen einfach zu benutzen vielen dank und bis demnächst euer mr edg8n so da sind wir nun schön wandern in der hoffnung einen ausblick zu haben aber das ist so trüb heute dass man keine chance hat aber vielleicht könnt ihr so ahnen da hinten ist zumindest theoretisch ein schöner ausblick so café so 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 Untertitelung des ZDF, 2020